Das erste Kunstwindrad Mitteleuropas wurde im Winter 2016 in Wien Unterlag gestaltet. Beklebt wurden die 400 Folien in dreimonatiger Arbeit der Seilzugtechnik. Der Entwurf der Künstlerin Julia Bichler wurde im Rahmen eines Kunstwettbewerbs von Wien Energie und der IG Windkraft ausgewählt. Das erste Kunstwindrad Mitteleuropas steht in Wien. Infos unter www.igewinnkraft.at